Es ist Freitag, der 10. Juni und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge erfahrt ihr von der Leitzinsentscheidung durch die Europäische Zentralbank und die Auswirkungen auf die Kryptowährungen. Paypal gibt Updates zu weiteren Anpassungen der eigenen Wallet bekannt. Es gibt Kryptonachrichten von der Karibik, genauer gesagt aus Jamaika sowie News aus den Philippinen. Der Apecoin verbleibt nach einer Dauentscheidung weiterhin auf der Ethereum-Blockchain. Und bevor wir uns die Floorpreise auf OpenSea anschauen, gibt es noch eine extreme Nachricht aus dem NFT-Kryptobereich, die wirklich schockierend ist und für viel Unruhe soll. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in-NFT. Die erste Nachricht des Tages betrifft die Thematik der Kryptowährung zwar nur indirekt, kann aber dennoch Auswirkungen auf diese haben. Und zwar hat die Europäische Zentralbank, kurz EZB, gestern bestätigt, dass sie beabsichtigt, ihren Leitzins im Juli um 25 Basispunkte anzuheben. Anfänglich waren sogar 50 Basispunkte im Gespräch. Dass der Schritt kommen wird und muss, war eigentlich allen klar. Der Zeitpunkt und die genaue Erhöhung war bisher aber reine Spekulationssache. Nun herrscht auf jeden Fall erste Klarheit und wir schauen uns dann auch gleich einmal an, ob und wie sich das Ganze auf die Kurse der Kryptowährung auswirkte. Nachdem ich euch diese Woche von Paypal und der neuen Möglichkeit, dort Kryptowährungen zu transferieren erzählt hatte, gab Paypal nun an, dass in den kommenden Monaten weitere Kryptofunktionen, Produkte und Dienstleistungen eingeführt werden sollen. Was genau, wurde noch nicht bekannt. Allerdings persönlich hoffe ich auf eine baldige Ausbreitung sowie Verfügbarkeit definitiv in der Eurozone, sodass wir das Ganze auch nutzen können und nicht nur in Amerika zugänglich ist. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Binance noch alles vorhat, aber jetzt hat sich der CEO mit philippinischen Beamten getroffen, um Lizenzen für Binance in den Philippinen zu erhalten. Vor Ort erwähnt er außerdem, dass die Regulierung von Kryptowährungen bei der Akzeptanz hilft und nicht umgekehrt. Ich glaube, wir müssen demnächst auf jeden Fall definitiv mal eine eigene Statistik führen, in welchen Ländern Binance bereits Fuß gefasst hat oder in Gesprächen steht, dort expandieren zu können. Denn, wie ich immer soweit sage, gefühlt täglich haben wir Binance auf dem Programm und es ist einfach Wahnsinn, was da aktuell für Fortschritte gemacht werden. Reisen wir mal kurz in die Karibik, genauer gesagt nach Jamaika. Jamaikas Zentralbank hat nämlich einen digitalen Jamaika-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Der CBDC-Token, hört sich witzig an, ich weiß, so das Kürzler auf jeden Fall der neuen Währung, soll noch in diesem Monat offiziell für den Inlandsgebrauch eingeführt werden. Bevor wir zu den Kryptowährungen und wie so oft uns auch den ApeCoin anschauen, gibt es eine interessante Nachricht zu dem genannten Token. Denn bei der ApeCoin-Dau wurde das Purpsorbel, den ApeCoin weg von Ethereum zu bewegen, abgelehnt. Und zwar haben 53,59% dafür gewartet, dass der ApeCoin nach wie vor auf der Ethereum-Blockchain verbleibt. Die ganze Diskussion fing an, als Anadid, also das virtuelle LAN-Projekt von YugaLabs, den Launch auf der Ethereum-Blockchain gemacht hat und die Gas- bzw. Transaktionsgebühren 10.000 Euro oder mehr betrugen. Wer wissen will, wie ich und Jan, also mein Admin des Discords, das Ganze miterlebt haben, der kann sich gerne die Podcast-Sonderfolge von Pfingstmontag noch einmal anhören. Da erfahrt ihr auf jeden Fall, wie wir die Nacht und das Ganze miterlebt haben. Damit wechseln wir in die Kategorie und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Der Bitcoin startete den gestrigen Tag mit ca. 28.000 Euro und konnte im Verlauf des weiteren Mittags auf 28.500 Euro steigen. Nach der Entscheidung, dass die EZB den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt, fiel der Bitcoin auf unter 28.000 Euro, sodass er nur noch 27.500 Euro betrug. Danach wiederholte sich der Bitcoin jedoch auch ganz schnell und schlug wieder auf die 28.500 Euro zurück. Also, wir sehen, definitiv hatte das kurzfristige Auswirkungen, eine kurzfristige Panik wurde auf dem Aktien- bzw. Kryptomarkt definitiv ausgelöst. Jedoch hat das Ganze nie so einen großen Input, wie letztendlich die Leitzinserhebung der FED, also der amerikanischen Zentralbank. Mal schauen, ob das Ganze auch so bleibt oder ob wir jetzt nach dem Wochenende was anderes erleben werden. Definitiv ein erster Indikator, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, aber Stand jetzt ist die erste Erhöhung der EZB keine große Auswirkung für die Kryptowährung. Bei Ethereum konnten wir gestern eher eine Seitwärtsbewegung feststellen. Auch im Verlauf des Tages vor der Entscheidung stieg Ethereum nicht ganz so stark wie der Bitcoin an, fiel jedoch auch nicht so krass, sodass wir immerhin bei Ethereum von 1680 Euro in den Tag gestartet haben und letztendlich auch bei 1690 Euro zum Ende des Tages liegen. Also, wir sehen, das Ganze hatte am gestrigen Tag groß keine Auswirkungen auf Bitcoin, Ethereum und Co. Damit springen wir einmal zu Solana, denn anders als die ganzen roten Charts, wenn es auch nur knapp ein oder weniger als minus ein Prozent sind, konnten wir gestern bei Solana mal wieder ein Plus verzeichnen, insgesamt ein Plus von 2,25 Prozent. Der aktuelle Kurs von Solana betragt nach anfänglichen 36,50 Euro, nun 37,80 Euro. Bei den anderen Kryptowährungen haben wir Ähnliches zu verzeichnen. Unter den Top 50 Kryptowährungen befindet sich groß keine Kryptowährung, die groß positiv oder negativ auffiel. Wir kommen noch einmal auf den ApeCoin, da ich den vorhin ja auch erwähnt hatte. Trotz der Entscheidung, dass der ApeCoin auf der Ethereum-Blockchain bleibt, gab es hier keine Veränderungen. Der ApeCoin fiel, wie alle anderen Kryptowährungen, um ca. 0,5 Prozent am gestrigen Tag. Dennoch müssen wir feststellen, dass in den letzten sieben Tagen der ApeCoin um insgesamt 11 Prozent fiel. Aktuell beträgt der Kurs von ApeCoin 5,40 Euro. Damit kommen wir zu den NFT News. Die erste Nachricht des Tages hatte es definitiv in sich. Wie NFT Evening berichtet hat, hat eine anonyme Person mit dem Twitter-Account AdAddingNobody angekündigt, dass er in den kommenden Tagen diverse Krypto-Influencer vernichten wird. Was steckt jetzt genau hinter diesen extremen Aussagen? AdAddingNobody gab an, dass er insgesamt 140 GB an privaten Nachrichten von der App Telegram gesammelt habe, die als Beweis für ein krasses Fehlverhalten bestimmter Krypto-Influencer auf der App Telegram hinweisen. Nach diesen Behauptungen musste sich die Person oder womöglich auch ein Netzwerk, man weiß es nicht genau, wer hinter dem Account steckt, diversen Fragen unterziehen, die natürlich aufkamen. Zum einen, wie diese Behauptungen zu untermauern seien, wie der Zugang zu den privaten Nachrichten möglich war und ob die App Telegram somit überhaupt noch sicher sei beziehungsweise die Frage, ob sie überhaupt sicher war. Zuallererst gab die Person bekannt, dass es darüber hinaus diverse Nachrichten beziehungsweise Beweise für schweres Fehlverhalten und sogar abscheuliche Verbrechen einiger beliebter Krypto-Influencer beinhalten. Für diejenigen, die jetzt nicht viel mit Telegram anfangen können, sondern immer nur hier und da mal was davon gehört haben, die seien ganz kurz gesagt, dass Telegram eine auf jeden Fall weit verbreitete App für Online-Messaging ähnlich wie WhatsApp ist. Vor allem ist die App bei Menschen in der Web3- und Blockchain-Technologie-Welt sehr, sehr, sehr beliebt, da da vermeintlich sichere End-to-End-Verschlüsselung aktiv ist, was eigentlich auf eine vermeintliche Sicherung oder größere Sicherheit im Gegensatz zu WhatsApp hinweist. Doch 100% scheint diese App jetzt anscheinend auch nicht zu sein. So platzierte Add-Adding-Nobody einen Bot, der zu dem einen in den Chats gelang und die besagten Nachrichtenverläufe aufzeichnete. Die aufgezeichneten Gespräche sollen Verläufe von verschiedenen Krypto-Influencern halten, die von 800 Followern bis hin zu über eine Million Follower reichen, also extrem massive Influencer. Diese vernichteten Gespräche beziehen sich angeblich auf Rassismus, Homophobie, Ehebruch und sogar sexuelle Übergriffe bis hin zu Morddrohungen, also das ist hier anscheinend kein Kindergarten, was hier abgeht. Die erste Welle, die Add-Adding-Nobody auslösen will und das veröffentlichen möchte, soll sogar schon nächste Woche am 15. Juni starten. Dabei sollen die ersten Gesprächsverläufe, die veröffentlicht werden, von einigen wohlhabenden Influencern und solche mit bedeutenden Twitter-Followern umfassen, also wie gesagt bis zu einer Million, die über Betrugs- und Wackbull-Projekte reden. Also ich bin echt gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, das schockiert mich persönlich echt. Erstaunlicherweise würden diese Informationen viele Betrügereien beinhalten, die zwischen Dezember 2019 und Februar 2022 diesen Jahres stattgefunden haben. Also Sie sehen, das Ganze scheint schon jetzt über zweieinhalb Jahre vollzogen zu sein. Also ehrlich gesagt, das hört sich wie in einem Film an, aber anscheinend scheint das Ganze wirklich nicht ausgedacht zu sein, sondern die Behauptungen scheinen Realität zu sein. Ob das Ganze auch so kommt, bleibt natürlich jetzt erstmal abzuwarten, aber es ist Stand jetzt, auch was so um Twitter her geht, nicht abwegig, dass das Ganze wirklich veröffentlicht wurde oder veröffentlicht wird. Für alle, die sich jetzt nochmal fragen, warum denn jetzt auf einmal das Ganze kommt, wenn das schon seit 2019 aufgenommen wurde, dem kann ich auch mal ganz kurz sagen, so hat es auch Ed Nobody gesagt, der Hintergrund ist wohl der, dass er aufgrund einer schweren Krankheit nicht mehr lang zu leben hat und jetzt für sich entschieden hat, das Richtige tun zu wollen, bevor er quasi nicht mehr unter uns lebt. Und das soll wohl jetzt der Schritt sein. Also ich bin echt gespannt, schockiert. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, was da jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe persönlich, dass sich das nicht auf noch zusätzliche Kryptobelastung auswirkt, denn anscheinend das Vertrauen wirklich komplett weg zu sein, auch was NFT-Projekte angeht. Diese Woche hatte ich euch ja noch von dem neuesten Drop von The Football Club berichtet. Dieser sollte eigentlich am heutigen Tag um 20.30 Uhr stattfinden. Allerdings wurde jetzt gestern Mittag verkündet, dass der Drop mit den Trikots der kroatischen Nationalmannschaft bis auf weiteres verschoben wird. Ein neues Datum für The Drop wurde Stand jetzt noch nicht bekannt gegeben. Grund für die Verzögerung des Drops soll ein Problem mit den neuesten NFTs sein, die wohl bis zum heutigen Tag nicht behoben werden können. Zur kleinen Wiedergutmachung soll am Montag, den 13.06., also jetzt kommende Montag, eine zusätzliche Challenge absolviert werden können, bei dem die Möglichkeit besteht, FUSD-Token zu verdienen. Umgerechnet ist ein FUSD immer 1 Euro, also dementsprechend kann man dort echtes Geld gewinnen. Die bisherigen Gewinner diverser Gewinnspiele erhalten einen kostenlosen Airdrop, um auch hier entschädigt zu werden. In einem weiteren Beitrag wurde zudem mitgeteilt, dass am heutigen Tag die Auslosung der Borussia Dortmund-Tickets stattfindet. Eine genaue Uhrzeit wurde aber auch hier nicht bekannt gegeben. Solltet ihr auf jeden Fall Interesse an den echten in real life Stadion-Tickets von Dortmund haben, empfehle ich euch echt, da heute die Augen offen zu halten. Ansonsten werde ich Updates auch in dem All-in-NFT-Discord posten, damit ihr hier nichts verpasst. Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Also wer da gerne Interesse hat, kann gerne unserem Discord-Folgen da eintreten, da verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Damit schauen wir uns ein letztes Mal in dieser Woche die aktuellen Preise auf OpenSea an. Hierzu kann ich sagen, wir haben einen neuen Spitzenreiter, auch wenn es kein großes Ja und geil ist, denn Adadid for the other side mit einem Trading-Volumen von 700 ETHs. Ja, in den letzten 24 Stunden, seht ihr, ist nicht viel in der NFT-Welt passiert, sodass wir auch kein großes Trading-Volumen hatten. Wie gesagt, 700 ETHs, maximales Trading-Volumen auf Platz 1. Dennoch Adadid mit einem Floorpreis von 2,5 ETHs. Also so niedrig war der Stand noch nie. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, hier kommen echt bald neue Announcements und sehe ich das Ganze noch auf 2 ETHs droppen. Der Bored Ape Yacht Club ist auf Platz 3 mit 94 ETHs. Die Goblins sind weiter am sinken, sind mittlerweile bei 4,3 ETHs. Die Mutant Apes auf Platz 19 mit 19,4 ETHs. Clown-X hat sich wieder etwas erholt, wieder über die 11 ETHs gekommen. Der Goda-Token ist mittlerweile bei 6,9 ETHs angekommen. Definitiv spannend hier findet für alle, die noch da in dem Raffle auf der Waitlist sind. Heute, ich meine um 20 Uhr, findet die Auslosung der zweiten Rutsche statt. Wenn ihr das Glück habt, ich bin auch noch dabei, da ausgelost zu werden, könnt ihr für einen ETHs diesen Pass minden. Aktuell, wie gesagt, wiederhole ich nochmal, der Floorpreis bei 6,9 ETHs. Wären plus von ca. 6 Is. In diesem Sinne haben wir wieder eine weitere Woche hinter uns. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Morgen kommt wieder eine Sonderfolge für euch, also seid gespannt, was da auf uns zukommt. In diesem Sinne hoffe ich mal wieder, dass euch diese Woche, vor allem diese Folge, gefallen hat. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert gerne den Kanal, folgt mir auch gerne auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachrichten mehr verpasst. Schließt euch auch gerne dem All-in-NFT-Discord an. Ich freue mich wirklich über jeden Neuankömmling, sage ich nicht nur immer so daher, auch wenn es täglich ist, aber ich freue mich wirklich über jeden. Gestern ist noch eine zusätzliche Dame in den Discord gekommen, die eine Bachelorarbeit über NFTs schreibt, über Kunst-NFTs und hat dort nachgefragt, ob es möglicherweise Ansprechpartner oder Künstler gibt. Auch dort konnte geholfen werden. Also ihr seht mittlerweile, ist das echt ein super Netzwerk da geworden, macht mega Spaß, freut mich wirklich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes, in der Beschreibung. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende schon mal. Wie gesagt, morgen kommt die Sonderfolge, die ist bereits aufgenommen. Deswegen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr schaltet morgen ein und wir hören uns dann am Montag wieder zu der nächsten News-Nachricht, wenn es heißt All-in-NFT. Los for zum 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 Untertitelung des ZDF, 2020